Neue Gegner? Hat etwa irgendjemand neue Gegner gesagt? Ja liebe Freunde, damit willkommen zurück zur Morhun Reihe. Und wie ich es beim letzten Mal am Ende schon mit euch abgesprochen hatte, wollen wir heute zwei komplett neue Gegner in unser Spiel einfügen. Also Gegner ist auch immer ein bisschen komisch gesagt, halt eben Dinge, die abgeschossen werden können und damit ein bisschen mehr Abwechslung ins Game reinbringen. Also einmal eben Flugzeuge, die an der Windmühle dranhängen, die sich dauerhaft dreht, was quasi ein bisschen schwierig ist. Und dann quasi ein Riesenflugzeug oder Riesenmoorhuhn, wenn man es ganz ernst nimmt, was quasi zu weiteren kleinen Moorhühnern oder Flugzeugen zerplatzt. Und dafür habe ich euch schon mal so ein paar kleine Grafiken gemacht. Ihr kennt ja meine grafischen Fähigkeiten, die sind also wie immer nicht allzu schön, aber immerhin sind sie da. Die könnt ihr auch von meiner Website herunterladen, das ist natürlich in der Beschreibung verlinkt. Und diese drei Grafiken, die habe ich hier schon heruntergeladen vorab und die werde ich jetzt direkt mal in meinen Sprites-Ordner ziehen, wo auch alle anderen Grafiken sind. Also das ist einfach ganz easy unter dem Assets-Ordner, quasi der Sprites-Ordner in eurem Unity-Projekt. Da müsst ihr natürlich gucken, wo der genau bei euch liegt. Das kann ich in diesem Video ja nicht sagen. Aber dort sollten diese Grafiken auf jeden Fall rein, damit wir die dann auch hier schön in der Engine drin haben. Ja, und eine weitere Sache, die ich vorab noch erwähnen wollte, ist ein kleiner Fehler, der mir beim letzten Mal unterlaufen ist, nämlich bei dem Game-Timer-Display. Da haben wir nämlich das Updaten des Timers in der Start-Methode subscribt. Das Problem ist, in der Start-Methode ist teilweise schon die allererste Sekunde abgelaufen und deswegen hat man dann teilweise erst 0.00 gesehen, also quasi, dass gar keine Zeit eingestellt war. Deswegen sollten wir dieses Subscriben auf jeden Fall vorher eben erledigen. Das heißt, wir machen aus dieser Start-Methode einfach die Awake-Methode und wenn wir das gemacht haben, dann wird auch automatisch eben das Ganze schon vorher subscribt, bevor der Timer losläuft und dann kann es auch quasi nicht mehr zu solchen Problemen kommen. Ja, das war es auf jeden Fall auch schon zu dem Teil der letzten Folge, den ich nochmal wiederholen wollte. Jetzt werden wir uns erstmal ein bisschen in der Engine bewegen und schon mal uns ein bisschen um die Gegner kümmern, die wir jetzt neu ins Spiel bringen wollen. Und da fangen wir direkt mal bei der Windmühle an. Die Windmühle, die kommt nämlich nicht als ein Sprites, sondern als zwei Sprites, wie ihr hier seht. Das Ganze, ich kann es auch gerne mal aufmachen, ist also quasi einmal die Basis, eben der Stock, der sozusagen in der Erde klebt und dann das Rad, was ich am Ende natürlich drehen soll. Deswegen sind das zwei Bilder. Und wenn ich jetzt einfach mal diese Windmühle hier reinziehe, dann sehen wir auch, die ist standardmäßig ziemlich, ziemlich groß. Deswegen werden wir mal hier in den Sprite-Einstellungen zunächst die Pixels per Unit bisschen runter, äh, nicht runter, sondern hochstellen, damit das Ganze kleiner wird. Also zum Beispiel, ja, 250, ich denke, das ist ganz okay. Vielleicht machen wir mal 225. Also ein bisschen Gefühlssache könnt ihr natürlich auch so machen, wie ihr das gerne wollt. Das passt auf jeden Fall erst mal. Und dann wollen wir natürlich, dass diese Windmühle jetzt nicht ein Sprite ist, sondern in zwei Sprites geteilt ist. Und dafür kennen wir ja auch schon den wunderschönen Sprite-Mode, den wir hier umstellen können, von Single auf Multiple, was uns eben ermöglicht, dass wir quasi diese Sprite in mehrere Sprites unterteilen. Dafür öffnen wir hier einfach mal den Sprite-Editor. Und wenn wir den offen haben, dann können wir auch schon direkt eben diese wunderschönen Multiple-Kästchen ziehen. Also machen wir hier quasi ein Kästchen um das Windrad rum. Das nenne ich jetzt zum Beispiel mal Windmill-Wings oder so. Also könnt ihr natürlich nennen, wie ihr wollt. Und dann einen weiteren Rahmen eben um diesen Stock. Das könnt ihr natürlich hier schön perfekt ausmessen wieder. Und das nenne ich zum Beispiel mal Windmill-Base. So, damit haben wir das beides top unterteilt. Und ganz wichtig, bei der Windmühle, also bei den Rädern, die müssen sich natürlich um die Mittelachse drehen, also quasi diesen Punkt. Deswegen wäre es da optimal, wenn ihr den Pivot-Point auch direkt dahin schiebt, damit wir dann quasi das Rotieren auch komplett darum machen können. Also ich werde euch auch gleich nochmal zeigen, was das dann im Spiel bedeutet. Wir machen auf jeden Fall erstmal ein leeres Game-Object, was quasi die Windmühle an sich repräsentiert. Nenne ich also einfach mal Windmill. Und wenn wir diese Windmill haben, dann können wir da auch schon die beiden Sprites draufziehen. Und ich reset nochmal die Transform hier kurz davor. Und dann ziehen wir da einmal die Base drauf. So, wenn es will hier in Unity. Und dann eben die Wings. Und wenn wir das haben, dann sind die beiden Sprites hier auch schon schön im Spiel drin. Wir müssen das Ganze jetzt natürlich noch ein bisschen hübsch anordnen. Also die Wings müssen jetzt natürlich ein bisschen weiter hoch, damit das auch ordentlich aussieht. Ich mache mal hier kurz die Gizmos aus. Und dann können wir quasi dieses Rad hier irgendwie oben dran ziehen. Sollte auf jeden Fall so circa passen. Dass es ein bisschen mittig ist. Das ist ein bisschen Gefühlssache. Könnt ihr natürlich wieder viel, viel besser machen als ich. Ihr könnt natürlich auch eigene Grafiken verwenden, wie ihr das möchtet. Und der Punkt, den dieser Pivot uns jetzt ermöglicht, wenn wir hier mal auf das Rotationstool wechseln und einfach rotieren, ist, wie ihr seht, dass diese Windmühle wunderschön um diesen Mittelpunkt quasi rotiert. Und damit eben das Windrad auch ordentlich aussieht. Ja, das ist eigentlich auch schon soweit das Setup für die Windmühle an sich. Natürlich wollen wir dann am Ende noch irgendwie entsprechende Flugzeuge da dran haben. Aber wir machen erst mal in unserem Prefibs Ordner ein Prefib aus dieser Windmühle, damit wir die am Ende auch zur Verfügung haben. Und dann wollen wir direkt im Anschluss mal das entsprechende Flugzeug machen für die Windmühle. Dafür haben wir hier auch schon ein wunderschönes Sprite vorbereitet. Also wunderschön ist natürlich immer subjektiv. Aber ihr merkt schon, es ist auch wieder sehr, sehr riesig. Deswegen werde ich hier auch direkt mal in den Sprite Settings die Pixels per Unit runterstellen. Ich weiß nicht, 300. Das ist vielleicht sogar noch ein bisschen viel. 350 könnte dann ganz gut passen. Ja, machen wir mal 400. Sind wir nicht so geizig, dass es relativ klein ist. Genau, das passt auf jeden Fall. Und wir wollen uns das Leben mal einfach machen. Wir werden nämlich dieses Windmühle Plane direkt mal an dem normalen Plane ableiten, sage ich mal. Und dementsprechend sage ich hier bei dem normalen Plane einfach, das habe ich mir jetzt mal hier in die Szene gezogen. Ich wollte eigentlich nicht das nehmen, sondern das Prefab. Genau, dieses Plane. Und bei dem Plane können wir jetzt einfach mal sagen, dass wir das Plane Script runternehmen. Das brauchen wir natürlich nicht. Und im Anschluss wollen wir auch direkt mal das Sprite entsprechend durch unseren Windmill Plane Sprite austauschen. Ihr seht, dann haben wir das hier. Und dann machen wir direkt mal, ich benenne das mal in Windmill Plane um. Und dann machen wir uns daraus einfach ein eigenes Prefab. Dann sagen wir hier Original Prefab, weil das ist keine Variant vom normalen Plane, sondern ein eigenständiges Flugzeug, wie jedes gute Flugzeug eben. Und dann haben wir dieses Flugzeug eben einmal als Prefab da. Und können das quasi auch schon entsprechend direkt nutzen, um das an die Flügel unserer Windmühle zu hängen. Also wir wollen hier an jeder Ecke quasi ein Windmill Plane haben. Das heißt, ich instanziere das hier einmal auf den Wings. Und ziehe das dann zum Beispiel mal an die passende Position. Und dann dupliziere ich mir das einfach nochmal mit Steuerung D. Und dann bekommt quasi jede Ecke einfach mal hier ihr eigenes Plane, was hier an der Windmühle hängt. Also wer kennt es nicht? Flugzeuge, die an Windmühlen hängen. Ganz bekannt. Ja, und wenn wir jetzt theoretisch mal schauen und einfach nochmal das Windmühlenrad drehen, dann sehen wir schon, dass sich diese Flugzeuge am Ende eben mitdrehen würden. Also funktioniert auf jeden Fall wunderschön. Wir müssen das Ganze natürlich noch an unserem Prefab übernehmen, weil das ist jetzt nur in der Szene. Kann ich hier einfach oben auf Overrides und Apply All klicken. Und schon haben wir unsere Windmühle hier auch als Prefab ordentlich zurecht gemacht. Genau, diese Windmühle, die haben wir jetzt auf jeden Fall als Prefab fertig. Wir könnten die dann natürlich jetzt in der Szene verteilen. Ich kann jetzt einfach mal zum Beispiel hier eins hinstellen. Außen noch eins und vielleicht irgendwo hier. Könnt ihr natürlich verteilen, wie ihr lustig seid. Hauptsache wir haben es eben in der Szene. Wir sind damit natürlich noch nicht ganz fertig, denn was ich auf jeden Fall ja noch machen wollte, ist, dass sich dieses Windrad auch automatisch dreht. Das passiert natürlich nicht von alleine. Deswegen werden wir das direkt mal machen. Dafür brauchen wir zunächst mal das Animator-Window, denn wir wollen das natürlich über den ganz einfachen Animator machen. Also hier haben wir den Animator schon mal, den brauchen wir gleich. Und dann natürlich, um die Animation erstmal zu erstellen, das Animationsfenster. Das werde ich mir mal hier runterziehen. Und wenn wir auf unserer Windmill sind, sagen wir hier einfach, dass wir eine neue Animation erstellen. Dafür werde ich mir direkt mal einen neuen Ordner machen. Den nenne ich zum Beispiel mal Animations. Und in diesem Animations-Ordner mache ich mir jetzt eine neue Animation unter dem Namen Windmill zum Beispiel. So, wenn wir jetzt dieses Animationsfenster schon mal offen haben, dann können wir auch direkt in den Aufnahmemodus gehen, damit wir das quasi in der Szene auch machen, theoretisch. Wir könnten also hier den Frame 0 schon mal nutzen. Da habe ich jetzt mal kurz nur im Rotationstool gedreht, um quasi den ersten Frame zu machen. Und dort soll die Rotation auf der Z-Achse natürlich bei 0 liegen. Und dann gehe ich hier einfach mal zu der Stelle von einer Sekunde. Und dort werde ich jetzt die Rotation einfach auf 360 Grad setzen. Das bedeutet, wenn ich jetzt mal hier zwischen den Frames hin und her wechsle, ihr seht schon, dass wir quasi hin und her rotieren. Einziges Problem ist natürlich, wir wollen natürlich nicht die Windmühle rotieren. Deswegen müssen wir da ein anderer Frame-Component nehmen. Also wir löschen hier einfach nochmal die Keyframes und wählen da natürlich nicht die Windmühle an sich, sondern unsere Wings. So, das heißt, hier können wir jetzt nochmal hingehen, sagen, wir haben bei der einen Sekunde dann quasi die 360-Grad-Rotation und automatisch bei 0 Sekunden eben den 0-Grad-Frame. Und wenn wir das Ganze mal abspielen, dann sehen wir auch, haut das ordentlich hin. Es gibt dennoch noch ein Problem. Wenn wir das Ganze mal abspielen, dann seht ihr nämlich, standardmäßig gibt es da quasi so eine Art Kurve, wie unsere Animation verläuft. Und ihr seht, am Ende ist das dann sehr, sehr ungleichmäßig, dass die Animation quasi abbremst. Und das wollen wir natürlich nicht. Das können wir aber ganz, ganz einfach umgehen. Wenn wir jetzt einfach mal die Keyframes hier markieren, können wir Rechtsklick drauf machen und dann sagen wir einfach bei Both Tangents, dass wir das Abflachen der Tangenten auf linear stellen. Und wenn wir dann das Ganze nochmal laufen lassen, dann seht ihr auch, dass das wunderschön gleichmäßig aussieht. Ist vielleicht ein bisschen hucklig, was dann immer am Pivot liegt, aber ihr könnt das natürlich feinjustieren. Denn ich mache das jetzt hier natürlich nur beispielhaft. So, passt auf jeden Fall. Und wenn wir jetzt mal theoretisch nochmal unser Spiel starten und reinschauen, dann sehen wir schon wunderbar, die Windmühle läuft. Sie läuft allerdings viel zu schnell und wir sehen auch, irgendwas haut hier noch nicht hin, denn teilweise sind die Bilder nicht gut im Vordergrund, so wie wir das vielleicht wollten. Das heißt, wir wollen uns da auf jeden Fall auch nochmal ranmachen, die Reihenfolgen ordentlich zu bestimmen. Das heißt, ich gehe jetzt zunächst mal in den Animator, denn wie gesagt, diese Windmühlen-Animation, die ist mir noch zu schnell. Und auf der Windmill-Animation stelle ich den Speed einfach mal auf 0,3. Sollte, denke ich, ganz gut passen. Und dann im Windmill-Prefab an sich wollen wir, wie schon gesagt, uns mal um die Bilder kümmern. Dafür gehe ich zunächst mal in so ein Windmill-Plane-Prefab hinein. Und dort haben wir ja jetzt entsprechend zunächst mal den Sprite-Renderer, der im Moment noch die Sorting-Layer-Default hat. Da werde ich einfach mal eine neue Sorting-Layer hinzufügen, genauer gesagt sogar zwei. Die erste, die ich haben will, die immer vor der Default-Layer liegen soll, ist zunächst mal die Objects-Layer, also Objekte wie zum Beispiel unsere Windmühle. Und dann mache ich einfach mal noch eine zweite Layer, zum Beispiel für Enemies. Also Enemies, so. So, könnt ihr natürlich anders nennen. Enemies ist immer ein bisschen komisch, vielleicht der Name, wenn es um eigentlich Flugzeuge oder Moorhühner geht, aber in dem Falle nenne ich es einfach mal so. Und dann können wir natürlich dem Plane direkt mal diese Enemies-Layer geben. Und dann, wenn wir hier wieder rausgehen, wollen wir natürlich der Windmühle, also sowohl der Base als auch den Wings, die Sorting-Layer-Objects geben. Und was wir natürlich auch wollen, ist, dass die Base immer hinter den Wings ist. Das heißt, die Wings können wir einfach noch in der Order in Layer 1 nach vorn setzen, indem wir hier eine 1 eintragen. Und dann haben wir diese Reihenfolge auch ordentlich bestimmt. Und beim Plane an sich, also was wir schon in den letzten Folgen erstellt haben, wollen wir das auch direkt umsetzen. Das heißt, dort werde ich die Sorting-Layer auch direkt auf Enemies setzen, damit wir das nicht vergessen. Genau, und dann sollte das eigentlich auch ordentlich aussehen, zunächst mal. Genau, also jetzt sieht alles soweit passend aus, wie wir es eben wollten. Klicken können wir hier natürlich noch nicht. Wir haben ja noch nicht dafür gesorgt, dass diese Flugzeuge auch wirklich als Flugzeuge erkannt werden. Da müssen wir natürlich noch einiges im Code regeln. Das funktioniert natürlich nach wie vor nur mit den anderen Flugzeugen. Aber soweit, so gut. Wir wollen, bevor wir gleich in den Code gehen, zunächst mal auch noch das Plane-Prefab für unsere Riesenflugzeuge machen. Das heißt, wir gehen mal kurz wieder in den Sprites-Ordner und schauen, wie es da aussieht mit der Größe. Ihr seht, das ist an sich relativ riesig. Soll aber auch ein bisschen größer sein. Deswegen werde ich da die Order in Layer, äh, die Order in Layer, sage ich schon, die Pixels per Unit nur ein bisschen größer stellen, zum Beispiel auf 150, dass es nicht allzu klein wird. Ja, sollte, denke ich, passen. Ist etwa so klein wie, oder so groß, eher wie das normale Flugzeug, was wir ja schon kennen. Genau, das lassen wir auf jeden Fall erst mal so. Und dann machen wir es genauso wie bei dem anderen Flugzeug. Das heißt, wir nehmen uns direkt mal die Prefab-Basis vom normalen Flugzeug und werden dort einfach den Sprite austauschen. Das heißt, da hauen wir jetzt einfach unser Big Plane drauf. Ich gucke natürlich mal hier, die Box Collider müssen natürlich noch ihre passende Größe bekommen. Passt aber soweit. Und das Plane-Skript nehmen wir vorerst runter. Da kommt dann natürlich ein neues Script drauf. Und dann machen wir uns auch direkt ein Prefab da draus. Das nenne ich jetzt zum Beispiel mal Big Plane oder so. Dann können wir das auch schon hier aus der Szene wieder rauslöschen. Und bei unserem Windmill-Plane, das habe ich vorhin vergessen, da sollten wir natürlich auch noch mal gucken, ob der Collider ordentlich sitzt. Ihr seht schon, der ist viel zu groß. Den machen wir hier entsprechend einfach noch ein bisschen kleiner. Dann haben wir das auch ordentlich eingestellt und jetzt alle Prefabs erst mal fertig. Genau, also Prefab für das Riesenflugzeug ist soweit jetzt auch zurecht gemacht. Jetzt kommen wir natürlich zu dem spannenden Teil, das Ganze auch erst mal im Code ordentlich zu machen. Und dafür fangen wir einfach mal an, die Scripts zu schreiben. Zunächst mal eine Sache, die ich hier einfach mal vereinfachen will, in dem Sinne ist, wir haben ja unsere Klasse Shootable gemacht. Und die Methode onHit, die war da bisher Abstract. Denn wir haben gesagt, ja, das Plane soll das Ganze einfach überschreiben. Aber das Standardverhalten ist eben, dass das Objekt zerstört wird beim Plane. Wir wollen das Ganze mal noch ein bisschen weiter vereinfachen, indem wir sagen, dass das auch das Standardverhalten vom Shootable ist. Das heißt, wir können die Methode zwar überschreiben, das heißt, ihr bekommt jetzt das Schlüsselwörtchen Virtual. Allerdings machen wir da eben ein Standardverhalten hinzu. Und das soll eben genau das Standardverhalten sein, was wir auch beim Plane definiert haben, nämlich, dass das Objekt zerstört wird mit DestroyGameObject. Das denke ich selbst erklärend. Und was uns das erleichtert ist, wir müssen jetzt hier in der Plane-Klasse einfach diese Methode gar nicht mehr implementieren, denn die Virtual-Methode wird ja dann automatisch quasi aufgerufen. Und demzufolge wird dann auch das passende Verhalten eben ausgespielt. So, wir machen auf jeden Fall direkt mal weiter, indem wir die allererste Klasse für das neue Flugzeug erstellen, was relativ einfach wird, nämlich für das Windmill-Plane. Zack. Und das ist jetzt eine Klasse, die wird nicht vom Plane an sich erben, sondern vom Shootable an sich. Denn das Windmill-Plane hat ja kein Verhalten, sodass es irgendwie durch die Szene fliegen würde. Das macht uns das Leben dann einfach, ja jetzt deutlich einfacher. Genau, also was braucht dieses Plan jetzt? Das gibt uns die Oberklasse ja schon relativ gut vor. Es braucht eigentlich nur die Methode, um den Score zu kalkulieren. Und das werden wir auch relativ einfach hier abhandeln. Ihr könntet jetzt natürlich den Score wieder zum Beispiel über ein Serialized Field am Ende ja nach außen bereitstellen und dort setzen lassen. Ich werde jetzt hier einfach eine statische Zahl einprogrammieren, nämlich zum Beispiel 10 Punkte. Das heißt, jedes Windmill-Flugzeug, was wir eben abschießen, das wird uns am Ende 10 Punkte droppen. Das ist, denke ich, eine ganz faire Zahl. Das wäre es eigentlich auch schon für dieses Plane. Ihr seht, das ist lächerlich einfach, geradezu, wenn man so will. Aber dafür wird das andere Flugzeug umso schwieriger, denn da werden auch einige Änderungen am Planespawner anstehen. Wenn wir uns das nämlich mal überlegen, unser Big Plane, da haben wir ja festgelegt, wenn es eben ein paar Mal angeklickt wird, dann sollen da neue Flugzeuge spawnen. Und dieses Spawn der neuen Flugzeuge ist das allererste Problem, denn das Spawn der Flugzeuge läuft bisher immer nur über eine Methode, wo das Flugzeug an der zufälligen Position sozusagen erscheint. Und genau das ist das Erste, was wir eben auch auslagern wollen und müssen. Das heißt, wir werden die Spawnplane-Methode erst mal so ändern, dass sie entsprechend das Flugzeug an keiner bestimmten Position setzt, sondern nur das Spawnverhalten an sich übernimmt. Und das Flugzeug, was wir quasi dann erschaffen haben, das wollen wir gleichzeitig aus dieser Methode zurückgeben, damit wir es dann quasi von außen weiter bearbeiten können. Das heißt, wir sagen hier, der Rückgabewerte-Methode ist nicht mehr Void, sondern Plane. Und gleichzeitig gibt uns das jetzt die Möglichkeit, dass wir hier am Ende sagen, dass wir das Plane, was wir ja im Verlauf der Methode uns eben über GetComponent holen, dann theoretisch zurückgeben. Ich denke, das ist relativ selbsterklärend, warum wir das so machen. Auf jeden Fall haben wir damit schon mal die Möglichkeit, dann theoretisch von außen an das Flugzeug ranzukommen. Und genau das werden wir dann im Nachhinein auch machen. Allerdings wollen wir jetzt eben, dass diese Methode das Flugzeug ja nicht versetzt. Dementsprechend wollen wir uns einfach eine zweite Methode schreiben, die es quasi ermöglicht, dass wir das Flugzeug eben an einer zufälligen Position spawnen. Das heißt, wir machen eine weitere Methode. Das kann jetzt vom Rückgabewert Void sein, denn das Flugzeug, was wir da theoretisch erschaffen werden, wir dann nicht mehr brauchen. Das heißt, wir sagen hier einfach, wir machen eine Private Void, die zum Beispiel SpawnPlanetRandomPosition oder so nennen. Und diese SpawnPlanetRandomPosition soll jetzt im Grunde genommen genau das machen, was unsere alte Methode gemacht hat. Das heißt, wir spawnen uns zunächst mal ein ganz einfaches Plane über unsere Methode SpawnPlan. Das ist ja jetzt das, was uns oben den Rückgabewert eben zurückgibt. Und im Nachhinein können wir jetzt alles, was quasi zu dem Setzen der zufälligen Position gehört hat, hier einfach rausschnippeln und eben in dieser Methode ausführen. So, PlaneObject heißt jetzt hier bei uns natürlich Plane. Das heißt, das müssen wir noch kurz austauschen, aber dann passt das auch. So, das heißt, die Methode, um jetzt ein Flugzeug an einer zufälligen Position zu spawnen, haben wir unter neuem Namen ausgegliedert. Dementsprechend müssen wir hier natürlich auch noch die SpawnPlanetRandomPosition Methode aufrufen, sonst haut das Ganze natürlich nicht hin. Ja, das ermöglicht uns jetzt wie gesagt schon mal, dass wir diese Trennung haben und demzufolge können wir jetzt die normale SpawnPlan-Methode auch nutzen, um theoretisch das Flugzeug, was ja aus dem Riesenflugzeug droppt, eben an eine Custom Position zu setzen. Die Methode muss jetzt natürlich noch Public sein, damit wir das eben auch theoretisch dann von außen machen können. Das ist natürlich wichtig. So, damit können wir jetzt auch endlich unser neues Script machen für unser Riesenflugzeug. Also ich nenne das mal BigPlan. Und dieses BigPlan, das soll sich jetzt natürlich am Verhalten unseres bereits implementierten Flugzeugs orientieren. Das heißt, das erbt einfach von der Klasse Plane. Das ermöglicht uns jetzt, wie gesagt, im Grunde genommen alles zu nutzen, was schon unser normales Plane hat. Also wir brauchen uns nicht noch mal extra um das Flugverhalten kümmern oder diese automatische, zufällige Skalierung, die wir ja davor schon übernommen haben. Das soll also alles vollautomatisch, theoretisch dann am Ende funktionieren. Das Einzige, was wir hier natürlich erstmal überschreiben wollen, ist die Calculate Score Methode. Also da soll natürlich nicht immer der Score zufällig dann von dem Größenverhältnis abhängen, sondern wir sagen, es gibt einfach eine festgeschriebene Punktzahl für dieses Flugzeug. Das könnte jetzt theoretisch auch Null sein, wenn man möchte, dass nur die Flugzeuge, die daraus Spawnpunkte geben. Ich sage jetzt mal, das gibt auch 10 Punkte, wenn wir das Flugzeug zerklicken, weil das ist ja auch irgendwo Arbeit. Und was wir jetzt natürlich noch implementieren müssen, ist das Verhalten, dass das Flugzeug theoretisch irgendwie nach x Klicks dann eben zerstört wird. Das heißt, wir machen uns hier erstmal zwei Serialize Fields, nämlich einmal für die Anzahl, wie viele Klicks es benötigt, bis das Flugzeug zerplatzt, also Needed Clicks for Destruction, irgendwie, da ist ein F zu viel. Und dann machen wir noch einen zweiten Int-Parameter als Serialize Field, der zum Beispiel Spawned Sublane Amount heißt. So, also quasi die Anzahl an Flugzeugen, die dann spawnt. Und was wir dafür natürlich jetzt überschreiben müssen, ist die OnHit Methode, denn standardmäßig würde die OnHit Methode ja jetzt nur unser Flugzeug zerstören. Stattdessen wollen wir jetzt einfach eine zweite Zahl hier noch anlegen, die eben mit-trackt nicht, wie viele Klicks wir brauchen, sondern wie viel das Flugzeug bisher geklickt wurde, also ich nenne das zum Beispiel mal Current Clicks und die ist dann standardmäßig, weil es ein Integer ist, natürlich null. Und wenn wir das Flugzeug jetzt anklicken mit OnHit, dann wollen wir einfach diese Current Clicks mit plus plus um eins erhöhen. Ist, denke ich, relativ logisch, damit wir diese Klicks quasi zählen. Und Base.onHit, das ist jetzt die Methode aus der virtuellen Implementierung der Oberklasse Shootable. Da wissen wir, das zerstört unser GameObject. Deswegen Base.onHit wollen wir natürlich aufrufen, allerdings natürlich nur dann, wenn entsprechend unsere Needed Clicks for Destruction erreicht wurden. Das heißt, wenn die noch nicht erreicht wurde, also falls Current Clicks kleiner als die Needed Clicks for Destruction ist, dann sagen wir hier einfach, mit einem Early Return wird das Ganze nie aufgerufen. Wenn das Ganze natürlich aufgerufen wird, dann wollen wir es zerstören. Das macht Base.onHit. Und das Zweite, was natürlich passieren soll, ist, dass wir die Subplanes spawnen. Das heißt, ich mache mir hier mal kurz eine zweite Methode, die nehme ich zum Beispiel mal Spawn Subplanes. Und in dieser Spawn Subplanes Methode ist, denke ich, relativ einfach, der Gedanke, machen wir jetzt eine Zählschleife. Also, damit entsprechend die Anzahl der Kindflugzeuge spawnt. Das heißt, i ist kleiner als Spawn Subplane Amount. i++, ganz gängige Zählschleife. Und darin wollen wir jetzt natürlich wieder ein zufälliges Flugzeug an der Position unseres zerstörten Flugzeugs spawnen. Wie spawnen wir das Flugzeug? Über unseren schönen Planespawner. Und das Gute ist, den haben wir auch schon, da es ja hier die Elternklasse Plane ist, mit implementiert. Das Ganze wird dann natürlich beim Initialisierungsprozess aus dem Spawner heraus gesetzt, wenn wir uns erinnern. Und demzufolge können wir hier sagen, PlaneSpawner.SpawnPlane. Und das Ganze gibt uns jetzt natürlich das jeweilige Flugzeug zurück. Das haben wir ja vorhin so geändert. Nenne ich also mal PlanePlane. Und dieses Plane wollen wir jetzt natürlich noch an die Position setzen, mit Transform.Position. Dieses wunderschöne Big Plane, sage ich mal, mit Transform.Position. So. Das sollte also dafür sorgen, dass die Subplane Spawn, muss die Methode natürlich nur noch hier aufrufen. Und dann können wir hier auch direkt theoretisch mal sagen, dass wir Standardwerte setzen. Zum Beispiel Needed Clicks könnten wir sagen, fünf Stück. Also, dass man das Flugzeug fünfmal anklicken muss, bis es zerplatzt. Und drei Subplanes sollten dann eigentlich auch genug sein. Ja. Das sollte eigentlich das Verhalten des Big Planes auch relativ gut abdecken. Jetzt fehlt natürlich nur noch eine wichtige Sache, nämlich, wie zur Hölle bekommen wir es hin, dass dieses Big Plane auch automatisch mit spawnt. Denn im Moment ist es ja so, dass wir lediglich ein Prefab abgelegt haben beim Planespawner, was quasi dann immer genommen wird. Das war also unser Standardflugzeug. Jetzt wollen wir es ja allerdings einerseits so haben, dass mehrere Flugzeuge genommen werden können. Und wir wollen natürlich, dass das Big Plane nicht so häufig spawnt, wie das normale Flugzeug. Dafür wollen wir uns ein kleines System bauen, was uns eben ermöglicht, dass wir quasi sagen können, welches Flugzeug mit welcher Wahrscheinlichkeit spawnt. Und dafür mache ich mir hier einfach mal in der Klasse drin noch ein kleines Struct. Also ein Private Struct, was ich zum Beispiel mal irgendwie Spawn Entry nenne. Und dieser Spawn Entry, huch, ich bin in dem falschen, das war der Namespace. Ich muss noch einmal hier hinein in die Klammern. Und dieser Spawn Entry, der bekommt im Grunde genommen nur zwei Sachen. Nämlich einmal eine Referenz auf das Plane des Prefabs, also nenne ich das Ganze mal Plane Prefab zum Beispiel. Und dann als zweites natürlich die Wahrscheinlichkeit, wie hoch es ist, dass es spawnt. Das wollen wir relativ dynamisch halten. Dafür mache ich mir einfach ein Int, den ich zum Beispiel Tickets nenne. Also jedes Plane hat quasi eine Anzahl von Tickets. Und diese Tickets bilden untereinander das Verhältnis ab, wie wahrscheinlich dieses Flugzeug halt spawnt. Also wenn zum Beispiel ein Flugzeug neun Tickets hat und das andere eins, dann wäre das Verhältnis eben neun zu eins, dass quasi das eine eher spawnt als das andere. Aber ich denke, kann man auch gut mit Prozenten abdecken. Eben bei neun zu eins würde das bedeuten, in zehn, wenn man jetzt zehn Fälle hat, spawnt durchschnittlich neunmal eben das eine Flugzeug und nur einmal das Big Plane zum Beispiel. Also so wollen wir es ja am Ende haben. Ja, bei Spawn Entry müssen wir natürlich noch das schöne Attribut Serializable hinzufügen. Sonst können wir das Ganze dann wieder nicht im Inspektor natürlich setzen. Das wäre blöd. Und was wir natürlich auch direkt machen wollen, ist, dass wir hier nicht mehr das GameObject Plane Prefab haben, sondern jetzt natürlich eine Liste an Spawn Entries, die ich zum Beispiel mal Spawn Entries nenne. So, das wird also dann am Ende alles über den Inspektor gesetzt. List muss ich hier natürlich noch kurz importieren. Und dann können wir auch schon das Verhalten programmieren, womit eben ein Flugzeug zufällig gespawnt wird. So, was wir dafür natürlich noch brauchen, ist eben eine Methode, die am Ende dafür sorgt, dass ein zufälliges Plane aus dieser Liste gepickt wird. Also wir machen uns einfach mal eine Methode, eine Private Methode, die jetzt einen Spawn Entry zurückgibt, nämlich zum Beispiel Pick Random Entry. Also quasi ein zufälliger Eintrag aus diesen Tickets soll halt zurückgegeben werden oder aus dieser Liste, die wir oben angelegt haben. So, wie machen wir das Ganze? Eigentlich relativ easy. Zunächst mal, ich habe ja gesagt, wir benötigen am Ende das Verhältnis von den jeweiligen Tickets zu allen Tickets, die eben genommen werden. Das heißt, wir speichern uns erst mal kurz alle Tickets zwischen, also die Gesamtanzahl und das geht relativ einfach wieder über Link. Da gibt es nämlich eine schöne Funktion auf die Liste, die heißt nämlich Sum und bei Sum können wir jetzt einfach übergeben, welches Zahlenattribut unter den ganzen Einträgen addiert werden soll. Also wir sagen einfach, für jeden Entry wäre das jetzt natürlich Entry.Tickets. Das heißt, damit hätten wir auch schon die Gesamtanzahl aller Tickets erhalten und was wir natürlich am Ende wollen, ist irgendwie ein Random, der eben zwischen 0 und 1 ist, was quasi die jeweiligen Prozente abdeckt. Das heißt, wenn das zum Beispiel einfach mal Random, das wäre jetzt eben Random.Range theoretisch zwischen 0 und 1. Ich denke, ist relativ selbsterklärend, warum wir das so benötigen. Ja, wir wollen auf jeden Fall auch noch abdecken, dass die Spawn Entries, wir haben ja natürlich eben verschiedene Wahrscheinlichkeiten, dass die dann entsprechend untereinander so sortiert werden, dass zuerst die Kleinwahrscheinlichkeiten gecheckt werden. Das ermöglicht es uns eben, dass wir dann bei der letzten Wahrscheinlichkeit nach und nach wissen, dass eben auf jeden Fall ein Plan dabei sein muss. Das heißt, wir können hier einfach sagen, dass wir die Spawn Entries neu zuweisen, indem wir einfach sagen, SpawnEntries.OrderBy. Das ist also jetzt wieder eine Link-Methode, die uns ermöglicht, dass die Entries in der Liste nach einem bestimmten Kriterium geordnet werden. Und das ist jetzt, denke ich, auch relativ selbsterklärend. Ich habe ja gesagt, die Wahrscheinlichkeiten sind bedeutend, also greifen wir hier wieder auf Entry.Tickets zu und müssen das Ganze dann nochmal als Liste hier umwandeln, um das auf der Liste wieder zu speichern. Also, wir sortieren diese SpawnEntries nochmal. Und dann kam auch schon der spannende Part. Wir wollen jetzt eben sagen, dass wir durch diese ganzen SpawnEntries durchlaufen. Das heißt, wir sagen ForEach, ähm, brr, jetzt habe ich hier direkt die Autovervollständigung genommen, SpawnEntry, Entry, innerhalb dieser SpawnEntries und jetzt müssen wir natürlich erstmal berechnen, was ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Entry überhaupt genommen werden würde. Das heißt, ich nenne das zum Beispiel mal Percentage for Entry und der ergibt sich jetzt natürlich aus dem Verhältnis der Tickets dieses Flugzeugs oder dieses Entries zu den Gesamttickets, die wir uns oben gespeichert haben. So. Im Moment wäre das beides noch sinnlos, denn das gibt uns nur ein Int zurück, da keiner der beiden Parameter jetzt eine Fließkommazahl wäre. Das heißt, wir parsen, oder nicht parsen, sondern casten den ein einfach noch zu einem Float um und dann haben wir das Ganze auch als Fließkommazahl hier korrekt und wenn wir jetzt natürlich wissen, dass unsere Randomzahl, die wir oben generiert haben, entsprechend unterhalb der Wahrscheinlichkeit für diesen Entry liegt, dann haben wir den richtigen Entry erwischt, den wir hier entsprechend returnen können. Das denke ich, wenn man sich das nochmal im Beispiel durchdenkt, relativ logisch. Also wenn wir jetzt zum Beispiel eben diesen einen Entry hätten, der aus zehn Entries insgesamt ist, hätten wir ja zum Beispiel die Wahrscheinlichkeit von 0,1 und wenn unser Random dann entsprechend zum Beispiel 0,05 rollt, also der Zufall uns sozusagen gelegen ist, dann hätten wir eine Zahl kleiner als 0,1 und diese Entry würde zurückgegeben werden. Sonst würden wir quasi weitermachen, also die ForEach-Schleife würde zum nächsten Entry laufen und dann eben den zweiten Eintrag zurückgeben, der ja dann entsprechend das wahrscheinlichere Plane wäre. So, die Methode benötigt hier natürlich noch einen Standardrückgabewert, das sollte theoretisch nie passieren, aber als Ausweichwert können wir dann zum Beispiel standardmäßig mal den allerersten Spawn-Entry zurückgeben, der jetzt hier noch in der Liste vermerkt wäre. Ist aber theoretisch jetzt nicht so wichtig im Nachhinein. So, damit haben wir jetzt Pick Random Entry auch schon implementiert. Das Ganze muss jetzt natürlich noch hier oben schön eingesetzt werden. Also bei Instantiate haben wir jetzt natürlich nicht mehr das Plane-Prefab. Stattdessen müssten wir jetzt hier einfach sagen Pick Random Entry Punkt Plane-Prefab, was uns dann entsprechend das Plane zurückgeben würde. Das heißt, wir brauchen hier auch kein GameObject mehr, sondern wir hätten direkt ein Plane. Das heißt, diese Zeile hier können wir uns auch sparen und natürlich hier müssen wir das Ganze wieder durch Plane ersetzen und dann haut das Ganze auch schon hin. Also nur kurz, falls ihr diesen Schritt nicht verstanden habt, davor hatten wir ein GameObject hinterlegt, das heißt, bei Instantiate kam auch ein GameObject raus. Jetzt haben wir hier entsprechend direkt unter dem Plane-Prefab in diesen Spawn-Entries ein Plane jeweils uns rausgezogen, was uns eben ermöglicht, dass wir dann direkt das Plane hier auch zurückbekommen. So, damit sollten wir jetzt auch alles in Code geschafft haben. War natürlich wieder eine ganze Menge, das will ich gar nicht irgendwie hier leugnen, aber falls es da irgendwelche Fragen gibt, dann scheut euch da auf jeden Fall auch nicht, nochmal nachzufragen. Ich versuche da wirklich zu helfen, wo es nur geht. Jetzt wollen wir aber natürlich mal die Früchte unserer Arbeit tragen und schauen, ob das Ganze hier auch überhaupt funktioniert ordentlich. Demzufolge werden wir jetzt natürlich erstmal die jeweiligen Planes noch mit ihren Components ausstatten. Also beim Windmill Plane wäre jetzt das hier natürlich die Windmill Plane Component und beim Big Plane entsprechend die Big Plane Component. Den Speed setze ich hier mal auf 1 und ihr seht schon, die Needed Clicks sowohl wie die Spawn Subplane Amount so rum, die wurden ja durch den Code schon automatisch gesetzt. Und was natürlich auch noch fehlt, ist an unserem Plane Spawner dann die Liste der Spawn Entries. Ihr seht, dass es jetzt hier diese kleine Liste oben da werde ich jetzt einfach mal zwei Stück anlegen und da kommt natürlich einmal unser Standard Plane drauf und dann das Big Plane auf die zweite Stelle und die Tickets mache ich jetzt mal so wie ich es vorhin im Beispiel gesagt habe also das Plane bekommt 9 Tickets und das Big Plane lediglich 1 also ist deutlich unwahrscheinlicher dass es spawnt. Mal gucken, ob wir jetzt Glück haben und wir überhaupt einen sehen ich hoffe mal. So und wenn wir jetzt mal gucken die Flugzeuge hier an der Stange die können wir alle wunderbar anklicken das funktioniert und jetzt haben wir hier auch mal zwei Big Planes lustigerweise direkt und wenn ich jetzt mal auf das kleine klicke brauche ich 1, 2, 3, 4, 5 Klicks und wir sehen dann hat entsprechend schon dieses Big Plane auch direkt sich geteilt und lustigerweise kamen jetzt hier direkt noch mehr Big Planes raus also das ist auf jeden Fall ganz cool 1, 2, 3, 4, 5 funktioniert auf jeden Fall wunderbar ihr seht ihr seht das Big Plane teilt sich dann schön in drei Flugzeuge auf und was ich natürlich jetzt noch das habe ich vorhin jetzt nicht so explizit gesagt man bekommt jetzt natürlich die Punkte immer wenn man das Big Plane andrückt also 10 Stück pro Klick ist vielleicht auch ein bisschen viel da könnt ihr ja nochmal schauen ob das entsprechend eventuell ein bisschen weniger sein soll und ihr seht es sind vielleicht relativ viele Big Planes aber ich kann euch auch nochmal zeigen wenn ich jetzt hier zum Beispiel die Tickets für das normale Plane mal unglaublich hoch auf 99999 Stelle dann sollten wir jetzt auch gar keinen Big Plane mehr sehen denn jetzt ist es ja geradezu ja nicht möglich also sehr sehr unwahrscheinlich dass überhaupt mal eins spawnt und wenn ich jetzt hier paar mal neu lade dann werden wir auch wahrscheinlich keins bekommen genau also das Wahrscheinlichkeitensystem ist relativ einfach aber funktioniert trotzdem ganz gut damit haben wir das auch schon abgeschlossen und jetzt kommen wir natürlich mal zu der Frage was werden wir beim nächsten Mal machen und was könnt ihr bis zum nächsten Mal machen und diesmal ist das Ganze auch ein bisschen lockerer tatsächlich zu sehen denn es geht generell beim nächsten Mal einfach um Polishing das heißt dass unser Spiel sich ein bisschen schöner anfühlt dafür wollen wir zum Beispiel Sounds einfügen wir wollen dass die Kamera ein bisschen wackelt wenn wir schießen oder etwas treffen wir wollen dass Partikelsysteme erscheinen also ihr könnt euch da theoretisch unglaublich viele Sachen ausdenken und einfach auch mal selber kreativ werden da werde ich euch gar nicht so viele Sachen ja vorgeben das ist das was ich wahrscheinlich zeigen werde und dann schauen wir mal was da eben rauskommt das ist mit hoher Wahrscheinlichkeit dann auch die allerletzte Folge dieser Maughun Reihe denn dann haben wir das Spiel soweit erstmal fertig die Heißkurs sind schön drin man kann das Spiel durchspielen und neu starten es sind mehrere Gegnertypen drin und das Ganze wird entsprechend sogar noch ein bisschen aufgehübscht ihr könnt dann allerdings mal schreiben ob ihr noch wollt dass wir theoretisch noch irgendeine Folge machen wo wir das Ganze ein bisschen aufhübschen also über das Polishing hinaus ansonsten würde ich es dann bei dieser Serie wahrscheinlich auch dabei belassen dass das entsprechend die letzte Folge war und wir eben so ein wunderschön Prototyp mäßiges Moorhuhn gebaut haben ich hoffe es hat euch auf jeden Fall wieder viel Spaß gemacht und ihr habt schon Bock auf das nächste Mal vielen lieben Dank fürs zugucken über Like und Abo freue ich mich natürlich sehr danke auch an alle die mich in diesem Monat über Patreon unterstützt haben bis zum nächsten Mal 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 bis zum nächsten Mal